Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ihr seht schon, wir haben einen ganz kleinen Stau hier schon wieder. Wir können hier mal fortspulen. Ihr seht schon, da passiert nichts mehr. Bedeutet, wir schicken ihm jetzt hier das Befehl, ohne Signal weiterzufahren. Er sollte durchkommen, weil er muss ja hoch auf die Holzlinie. Er soll auch ohne Signal weiterfahren. Und er soll jetzt auch ohne Signal nach vorne fahren. Dann sollten wir hier langsam wieder ein Go reinkriegen. Jetzt wird unser erst neuer Holzzug auch los und kann sich auf seine Reise begeben. Dann kann sich Holzzug Nummer 2 langsam losbewegen. Rein theoretisch müsste ich die ganzen Sachen hier drin raus tun. Weil der Kreisel geht ja eh nur in eine Richtung rein, theoretisch. Und so kann sich hier nichts staunen, weil solange einer drin ist, müssen sie stehen bleiben. Damit sollte dann hoffentlich das ganze Problem ein bisschen gelöst werden. Oh, schade, der Bahnhof ist gar nicht lang genug rein, theoretisch. Und wir haben jetzt noch einen längeren Zug gemacht. Halleluja. Ich meine, ist das jetzt unser längstes Schiff? Und im Grunde sollten die alle das dann irgendwann mal ersetzen. Einfach ersetzen, damit wir hier dementsprechend gute Züge haben. Bin gespannt, wie der hier reinpasst. Ja, gerade so. Der hat auch tonnenweise Holz mit. Oh, der ist sogar schneller, glaube ich. Das ist natürlich mega heftig. Okay, jetzt gehst du hier rüber. Ja, der passt absolut nicht mehr rein. Aber er macht natürlich schön Kohle und tut auch ein bisschen mehr rüber platzieren. Warum auch immer unsere Holzproduktion kann ich gar nicht weitergehen. Oh, lol. Okay, das habe ich noch nicht ausgeklügelt. Da muss ich jetzt hier ein Signal hinsetzen. Das vielleicht mal nach da setzen, dann kann ich... Okay, wir müssen uns hier was Neues überlegen. Wie wir das am schlauesten hier machen. Fuck. Schau wieder so einer. Raus hier. Wir haben einfach zu enge Fahrpunkte, wie es scheint. Und das macht halt alles gerade kaputt so ein bisschen... Jetzt wird der wieder nicht, weil der andere noch im Bereich drin steckt. Eieieiei. Okay, ähm... Schauen wir uns mal das ganze Problem hier an. Wir haben dieses Schienensystem. Rein theoretisch sollte das nach hier drüben gehen. Mit Abzweigung. Was natürlich das Problem ist, wenn wir hier abzweigen wollen, Okay, wir designen das mal einfach komplett umschneiden. Da finden wir schon einen neuen Weg irgendwie. Das muss funktionieren. Ich fand die Idee mit dem Kreis mega geil, aber sie scheint ja nicht zu funktionieren. So. Ich würde das auch so lassen. Das wird jetzt hier irgendwie... Wie machen wir das noch am Schluss? Das ist jetzt hier zu eng wieder. Ich fahre hier immer... Wie geht so was? Wie kann man so was machen? Mann! Dann müssen wir jetzt hier irgendwie die Schienen so designen, dass das funktioniert. So, okay. Jetzt müssen wir erstmal so machen. Das Problem ist ja, dass sie sich immer staut. Das ist das Auffahrgleis. Bedeutet rein theoretisch müsste man hier sagen, okay, hier auffahren. Und natürlich von der anderen Seite dementsprechend auch. Das ist das Auffahrtsgleis. Bedeutet, das muss hier münden. Und natürlich dementsprechend hier. Hm. Und ob das besser geht, ist natürlich jetzt die Frage. Anschließen wir das halt kackig, weil einfach hier das schief ist. Das geht. Da werden wir jetzt erstmal fahren lassen, kurz. Ich fahre kurz. Ich weiß jetzt nicht, wohin wahrscheinlich. Einfach... Ich bin auch relativ verwirrt gerade, aber ich muss jetzt hier erstmal wieder alles abbauen. Ich muss jetzt mal ein bisschen umdesignen, so. Kann ich irgendwie... Hier das mal schließen. Muss ich jetzt ernsthaft bis hier vorne umdesignen? Bauen. Null Unterschied. Dann machen wir jetzt... Wirklich den Abriss komplett. Dann müssen wir ein bisschen terraformen. Dann müssen wir hier glatt machen. Und dann wieder Schienen legen. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Das geht mir jetzt aufschluss. Das ist uncool. Das ist da wieder... Ja, sicher. Das kann doch nur mir passieren. Das sind schon wieder Sachen im Weg. Nee, nee, nee. Das ist doch... No, so, okay. Dann gehen wir mal so dem Schienensystem hier auf den Weg. So, und dann... Natürlich hier noch dementsprechend die Beschilderung. Ich muss jetzt mal gucken, von wo kommen wir denn die von runter, da von mal rauf. Da von mal rüber, da von mal drauf. Und dann... Immer so früh, wie es halt geht. Dann sieht man hier, ist schon abgeschnitten. So, und dann... Wenn ich die Pause beende... Steht das immer noch... Das ist schon wieder... Katastrophe. So, jetzt kann der rauf fahren, der rüber fahren. Ne, das geht noch. Ich hab Kopf, dadurch hab ich's erledigt. Nee, hab ich nicht. Wie, 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 wie? Wie mach ich das, wie mach ich das, wie mach ich das? Der Bahnhof ist einfach zu nah, ich müsste ja hier nochmal resten. Ich hab schon wieder 22 Nachrichten. What? Ähm, okay, ja, das kann ich nachher zu antworten. Ihr seht schon da hinten... Nee, das seht ihr gar nicht. Wo schreit ich denn? Was ist denn da? Ach, das ist mein Bildschirm. Nee, da drüben hängt mein Handy gerade mit einem Stativ dran. Und es sind noch 200 Sprachnachrichten. Die muss ich damit anhören. Ähm, aber jetzt nicht. Äh, wir müssen hier überlegen. Wir müssen sich jetzt hier anschalten. Ähm... Warum hat ich das eigentlich hier so interessant gemacht? Das Risiko geht nur noch mal. Du darfst jetzt hier losfahren. Von mir ist der Bahnhof ist halt auch nie leer. Und wieder das Problem schon. Ich will einmal diesen Bahnhof bitte leer haben. So. Bahnhof leer. Das Problem ist die Verteilung. Eigentlich müsste ich hier... Wir designen das jetzt mal einfach. Komm, bitte. Das taugt mir nicht. Ich hätte gerne, dass wir einfach wirklich Schiene zur Schiene hier rüberlegen können. Dann sind zwar die Schienen kürzer, aber das ist ja eh tendenziell wurscht. Und dann teilen sich die hier auf und wechseln da durch. Dann ist das das Wechselkreuz. Mir scheint es egal, aber es ist, glaube ich, besser. So, äh, dann brauche ich Gleis. Das kommt jetzt auf die gleiche Höhe. Dann brauchen wir ein Vorsignal. Das kommt hier hin. Und natürlich ein Austrittssignal. Das kommt hier hin. Und dann sollten wir genug Space haben, damit die hier rein und raus fahren können. Rein theoretisch. Schauen wir uns das Ganze mal im Speedmodus an. Weil da passt jetzt locker ein Zug hin. Formulatisch könnte es ja nur werden, wenn es hier drin erstockt. Aber das sollte nicht passieren. Hoffe ich. Das ist vielleicht echt sogar ein bisschen schlauer. Natürlich, wie ich den jetzt anschließe, ist die andere Frage. Wie schließe ich den an? Können natürlich einen extra Abfahrgleis machen. Ein Abfahrgleis, aber... Ist ja wahrscheinlich auch wieder nicht der Plan eigentlich. Äh... Ah, es funktioniert jetzt gerade hervorragend. Jetzt gerade ist es perfekt. Das Chaos sollte ich vielleicht auch mal dann abändern. Weil das ist ja auch Katastrophe. Da macht man hier links, rechts genau so eine Kreuzung wieder hin. Oder hat sie ein neuer Laden aufgemacht. Schauen. So, der ist jetzt leer. Nee, ich würde einfach gern... Okay, machen wir halt so. Ist ja auch wurscht. So, und du wirst ab sofort... Das produzieren. Und anstarten. Wir versuchen jetzt mal die Produktion ein bisschen zu erhöhen. Um danach die Forschungen anzutreiben. Außerdem würde ich einen weiteren Zug von unserer Holzproduktion einsetzen. Wir müssen hier das Depot umsetzen. Ganz ehrlich, das ist... So schön, wie da der Platz ist, aber es ergibt ja einfach keinen Sinn. Ich muss ja nur hier sitzen und sie mal neben auf- und abfahren können, ne? Egal in welche Richtung. Dann kommt hier halt... Ah, jetzt ziehe ich hier, was ich hier vergessen habe. Aber das ist ja aktuell noch wurscht. Wir bauen jetzt hier einfach... Das Depot rein. Da machen wir jetzt eine richtig coole Ecke einfach hin. Wir graben hier eine Ebene aus. Und da kommt das Depot rein. Depot. Ich weiß, ich kann nicht... Okay, hier fahren es so auf. Nope, nicht so. So, da können sie jetzt auf- und abfahren in jede Richtung, wenn sie wollen. Und dass man das wirklich clear macht, kommt jetzt hier sowas hin. So, schön nochmal Abstände über rein tun. Und ich will gerade, ob ich da noch eins rein haue. Ja. So. Dann kann ich jetzt hier sehr rein technisch noch einen Zug einsetzen für den Holztransport. Was ich jetzt auch nochmal machen werde. Wir kaufen nochmal so eine schöne grüne Lok. Hauen nochmal einen Hänger dran. So viel, wie wir halt gehen, ne? So. Kaufen den. Kann ich den rein theoretisch duplizieren? Ne, schade. Ich fände es cool, wenn du hier so einen Duplizierbutton noch hättest. Das wäre... Das wäre Leben. Und ab geht's. Ein extra Zug. Der fährt jetzt hier auf und ab geht's. Entschuldigung, wird nochmal ein Holz mehr produziert. Jetzt haben die sich hier geklockt. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Also wie gesagt, wir müssen das System hier mal überarbeiten. Das ist auch Katastrophe. Aber jetzt schaut es aber echt... Jetzt schaut es elegant aus. Ja, okay. Ich habe noch keinen Sand, Leute. Was erwartet ihr von mir? Jetzt muss ich halt nochmal Eisen nachliefern. Wir haben Eisen lange Zeit nicht mehr geliefert. Zug nach Zug. Kann ich jetzt reinmarschieren. Zack. Das ist wirklich bis zum Rande. Das ist länger meins. Das ist geil. Nachfrage geschwunden. Holzrahmen nach Forschung verfügbar. Jetzt kommt der erste. Da müsste gleich der Tod eigentlich hinterher kommen. Ja genau, das war das, was davor das Problem war. Jetzt hat sich sie geklockt. Und jetzt kann sich sie aufteilen wieder. Zack. Ist zwar immer noch, sagen wir mal nicht so schön. Wie schaffen wir... Wie, 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 wie? Ich darf einfach zwischendrin nichts mehr plötzieren. So schaut's aus. Pausieren. Und ja. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. 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 Bis zum nächsten Mal.